Ja, Haus. Bumbe Haus. Was nehme ich, Castle oder Frost? Ähm, eine Frage, wie konnte der Tamantu in Team-Chat schreiben und wie ich das lesen? Was? Der Tamantu ist im Gegner Team. Echt? Ja. Oh Mann, ich nehme Castle. Das ist im Team in Klammern, ich hab das lesen können und denk mir so, den haben wir gar nicht im Team. Ja, also erstmal, äh, hallo an alle, die zuschauen. Ach, Bob, wir hauen da immer ein Intro rein, ab jetzt. Ach, haut ihr jetzt ein Intro rein? Ja, da müssen wir ja ständig schneiden. Ja, wir sind professionell. Und wenn du die Zeit dazu hast... Ich leg hier bei der einen Bombe die Kondimchen hin, ja? Also wenn ich wüsste, wie immer Interess macht, will ich uns machen. Also ich hab da eigentlich Impuls für die Videos. Und ich bin jetzt gerade daran am Arbeiten. Hm, das kann ich ja schon mal verraten. Wenn ich mal hier oben hinzu, ne? Äh, daran am Arbeiten, die quasi, ähm, die Intros so hinzubekommen, dass, ähm, wir quasi das Intro nutzen können. Ohhhh, ohne dass wir, also das schneiden müssen, sondern quasi jedes Mal, wenn wir die Aufnahme mit OBS starten, automatisch auch das Info davor klanzt. Weißt du, was ich mein? Äh, ich brauchst mir so noch ein Freaker-Programm, das irgendwie, äh, rendern kann und so. Ich rendern die gar nicht. Also das, äh, da bin ich gerade dabei, das aufzuprobieren, ob ich das hinkrieg. Ja, das merke mit dir. Ah, das kann ich nicht, was ihr da sagen wollt. Wolle, ich hab ja geschrieben bei dem einen Let's Anything, Let's Play Anything Video, von dem, ich hab ja geschrieben, das ist lauter sein, gell? Ja. Ich hab das Spiel gemeint, ich hab dich gemeint damit, weil du bist extrem leise. Ja, aber ich, wenn ich das Video schau, dann hör ich mich ganz normal. Genau, du musst zurück auf Youtube, bist du schon leise. Wir sind hier bei der ersten, bei meiner Bombe. Bei mir. Alle? Ne, aber ich weiß nicht, wie viele. Einen Shutdown. Ah, da, Firmat. Ja, ich bin aber down. Ja, der hat gerade die Kram. Ich auch. Was zur Hölle. Von oben. Warte, hat sie da... Steht ernst auf zwei? Ja, die hat an den einen vorbei, gleichzeitig getroffen und mich irgendwie. Da, immer ein Volkür, die Drohnen, die Kameras. Achso. Scheiße. Scheiße, scheiße. Ah, F**k. Toll. Da war was. Halt nicht. Halt weg. Das ist der letzte. Alles klar. Go Benny. Alles klar. Rechts. Alles klar. Alles klar. Was war das denn? Oh, war auch noch irgendwer, der durchfuscht hat da und das war so... Die sind heftig, ey. Was? Lol, das hat mir Brust geschossen, wie war das ein Kopfschuss. Hat's dir einen Kopfschuss angezeigt? Ja. Bei Instant Back. Das war ja krass. Ich nehme Fuse. Oder willst du Fuse, Bob? Ist egal, dann nehme ich Sledge. Ach gut. Ja, sonst hätte ich Sledge. Ja, wie du willst. Nee, ich nehme Fuse. Passt schon. Du hast als erstes gesagt, dass ich Fuse nehme, also. Ja, mir ist es doch gleich, solange ich nicht irgendwas keine Ahnung nehmen muss. Hm. Ich muss beim Sledge gleich nochmal die Waffe umstellen. Ist mir gerade aufgefallen. Auf. Äh, nicht die Pumpgun. Ah ja. Ja, die spiele ich auch. Du spielst die Pumpgun? Nee, die andere. Ja, eben die andere. Ich habe im Moment gerade die Pumpgun drin. Da habe ich gemerkt. Ja, du kannst es eh wechseln. Bitte? Du kannst es eh wechseln, wenn du den auswirkst noch. Ja, aber jetzt... Ja, kann ich das? Ja. Aber jetzt nicht mehr. Ja, jetzt nicht mehr, aber vorhin. Hättest machen können. Ja, mach ich gleich. Ganz oben, aber einer rennt schon im Erdgeschoss rum. Ja, ganz oben und unten, oder? Nee, ganz oben unten geht nicht. Achso, die Seite ist im kleinen, gelben Raum, oder? Nein, da war einer in uns. Ja, in dem kleinen, ja. Ja, alle da cold werden an der gleichen Stelle. Passt auf, dass sie nicht rausschießen, ne? Die sind da oben nämlich gleich. Mann, Färme ist, geh weg. Wann? Färme ist. Okay. Ich erlebte schon oft jemanden gehabt, der mich geholtert hat, weil ich da vorbeigegangen bin. Der schaut so, wo sind die Füße, und dann holt er sie einfach gleich einmal. Ich füße mal bei der einen Bombe rein, und jetzt füße ich noch bei der anderen rein. Oh, das ist nicht mehr möglich, natürlich. Da ist ja kein Fenster. Hier ist zu. Das sie mir gleich retten müssen und aufmachen müssen. wo ist der denn ich sehe nichts ich sehe schon wieder die gegner nicht mehr aber der eine raum ist frei gell ja wir haben die füße aber nicht vielleicht fehlt da ist einer ah sie hat mich ich bin fast anstrengend alles bfall habe ich nicht gesehen obwohl ich geschaut habe wo ist denn er der benny liegt bei dem b raum das war kein gegner das war eine falle ich bin da der eine ist und der eine ist unten ja danke alter jetzt ist er oben oder schießt durch die wand schau mal durch die wand rein vorsichtig da war überfordert mit zwei das ist der vorteil von der shotgun das stimmt ich mag die trotzdem nicht ja ich auch nicht ich mag nur die von der frost spieler nochmal castle nicht wieder garage also ich würde nicht wieder garage spielen wollen da bleibt mir exonisch übrig ja 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 wir hätten mute mitnehmen sollen weil da hätten wir hier verhindern können dass der termite aufmacht ja ich bin der ruck ich bin der ruck ich leg kondome alter ich treff diese gar nichts mehr da ist irgendwo noch eine drohne drin damit ich finde ich werde die das ist auf 4 hat located auf 4 hat auf 5 auf 5 2 bis 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 ich glaube die sind schon wieder vor der garage wirklich und er hat noch kein kondom an die haben wir beendet sein irgendwo haben sie aufgespringt also bei a ist ruhig so das ist neben mir hatte ich nicht gesehen sie wieder da hinten mit der mitte Wir sind bei B. Ja. Wir haben beide bei B aufgemacht. Die Pläne. Am Van. Ah, Mann! Wo ist der? What? Von wo bin ich jetzt geholt worden? Bob, wo war der? Äh, der hat quasi, wenn du durch die Garage durch das linke Garage-Torn geschossen. Was? Ich hatte extra raus. Die stehen vor dem Garage-Torn und schießen rein quasi. Achtung, Ash und Blackbeard sind raus. Ich hatte die schon extra noch raus und... Ja, das schafft's ja nicht mehr, der Hund, come on. Der Typ war unsichtbar. Wie kann Blackbeard unsichtbar sein mit dem schwarzen Auto? Skipp's nicht, ey. Ich seh da nichts. 0, nichts. Nee, du kannst da auch nicht sehen da draußen. Das ist echt scheiße. Also da muss man sagen, das ist an der Karte echt beschissen. Du kannst nichts sehen durch den Tor. Ja, das ist aber an die anderen auch, ne? Naja. Außer du spielst es in der Nacht. Ich glaub, da ist es besser. Die Karte auch nochmal als Nachtkarte? Ja. Ich glaub, alle, oder? Ja, alle. Ich nehm' Bug. Ich finde, sie haben angeblich ja diesen Bug, äh... also das Lichtfehler da, äh... umgestellt, dass du, wenn du reinschaust in den Raum oder rausschaust, dass du blind bist. Das haben sich geändert, gell? Ich hab das Gefühl, das ist schlimmer geworden. Ja, ist auch schlimmer geworden. Ja, ist auch schlimmer geworden. Was ist es schlimmer geworden? Dass, wenn du rausschaust, dass du blind bist. Weil sonst hast du wenigstens ein bisschen was gesehen. Ja. Ja. Ja, das Schlimme war, Black hat jetzt eine helle Rüstung, gell? Neben ihm war ein schwarzes Auto. Normal, das ist ja so, okay. Helle Amor und schwarze Rüstung. Das bist du sofort, gell? Ich schon raus, sehe. Ich sehe mich. Die sind in der Garage. Meinst du? Ja. Die haben da einen Jammer schon positioniert, dass du da nicht an der Seite rein kommst. Die haben auch an der Treppe einen positioniert, dass du nicht runterkommst. Dann geh ich bei der Küche rein. Da haben wir nämlich keine. Da baut er jetzt erst eine hin. Zumindest wissen wir aber mal, wo ist das denn? Ah, jetzt hat er meine Drohne doch noch gesehen. Die haben noch... Frost. Und... Bandit. Alles klar. Oh, nice. Ja, der Bandit ein wenig zu langsam. Reagiert. Wie geht das? Ich hoffe, dass wir von... Vorsicht, einer ist in der Küche. Okay. Wir sind eh nur noch zu zweit. Der Doc? Der Doc ist in der Küche. Benni, du bist Twitch? Ja. Wo war der denn? Alter. Ach, Doc oben aus dem Fenster raus. Die sind aber richtig U. Ja. Mal schauen, ob die schon einen Rang haben. Ne, ich kann das nicht. Ich schau. Ich schau. Ja, keinen Rang, aber Stufe 120. Der ist Bronze. Also müsste Bronze... Der ist Silber. Alla! What the fuck? Der ist Silber. Also müsste Silber sein. Wenn sie nach wie gehen, soll er hier spielen. Schön. Nice. Einer ist draus. Ja ja ja. Da ist die Cam noch. Es ist doof, dass du den Diffuser nicht hast. Ah. Pass auf, der wird auf die Treppe gucken, ne? Eineinhalb Minuten hast du dann halt so. Cool down. Pass auf, da ist schon offen die Garagentor, ne? Ja, ich weiß. Sie sind auch da draußen gewesen. Okay. Ja, aber du weißt ja nicht, welches offen ist. Doch, da habe ich reingeschmissen, oder? Also. Alter! Er ist tot. Man kann den echt nicht da durchtreffen. Am Fuß hast du ihn getroffen. Jetzt schießt er mit der Pistol. Das traurig ist ja nicht mal. Eine Minute, 50 Sekunden. Besser gesagt. Da muss ich... Ach, ich staub ins Eck, Alter. Wenn du dich bei Eis kriegst, sind die Diffuser. Und pass auf, der Bennett fehlt noch. Der Bennett fehlt noch. Ach ja. 21 Sekunden. Egal, jetzt bin ich spoilt, ist mir egal. Ah, in die Bärenfalle. Scheiße, in die Bärenfalle. Du hast sie gekriegt, aber die Bärenfalle. Ja, das ist so behindert. 1 gegen 4. Lol. Ja. Das ist so behindert, gegen dich zu spielen. Ja, vor allem, Ubisoft ist gemeint so, ja. Anranked werden alle... Also, früher sind sie so in den Bronzebereich eingestuft. Genau, hoch, oder? Jetzt bist du halt an... Jetzt bist du halt anranked in den untersten Bereich eingestuft. Also, noch schlimmer, gell? Ja. Wir sind alle anranked. Alle 5 anranked. Ich sehe alles. Ich sehe alles. Ja, deswegen... Bronze. Silber. Ah, wie immer. Das schlechteste, natürlich. Silber und Bronze. Ja, dass nicht der Platin dabei ist und der Diamond. Ja, ja. Fäftig, ja. Ah, das kann nichts fallen, Alter. Und dann ist sie nicht beim Eggman. Kann sie nicht einfach dort bleiben, wo sie ist, dann ist sie einfach gerusht und fertig geworden. Boah. Boah. Wird noch zu viel. Soll ich mal die Assi-Taktik spielen? Und jetzt sind die Assi-Taktik. Das Fettste aufschlagen und aus Spawnern rausziehen. Weil wenn du hier aufschlägst, dann haben die da hinten gleich einen Spawn. Probier es mal, wenn es klappt, wäre super. Ja, das ist schon assig. Ich habe schon den Feind identifiziert. Die haben schon gesehen, dass ich aufhabe. Okay, jetzt habe ich mir selber ein Eigentor geschossen damit. Bei mir offen. Ja, bei mir auch. Kannst schon wieder nicht rausschauen. Soll ich die Wand dicht machen bei dir, Tobi? Noch? Oder wolltest du die Löcher halten? Weiß ich nicht. Ist glaube ich egal, weil wir können an die Wand eh nicht hin. Ich würde einfach zurückbleiben, weil sonst schießen sie dich durchs Fenster. F**k you! Ja, nicht! Zähn einfach ey! Ich habe zumindest einen Sniper gekriegt. Ich habe einen Blackpist auch, gell. Ich habe einen Blackpist auch. Inchered. Hör, der schießt mich in... bin da und der hängt auf dem kopf und schaut gerade so wenn ich so rausschauen habe ich sofort ein headshot wo ist der an welchen der hängt an denen drei fenster im treppenhaus er da an einem raum ist keiner im b raum wenn ich gerade sagen dass gerade das war klar ich dachte das war der neben dir nein wer hatte ich denn da und geschossen der firma hat aus diesen drei fenstern da nur dass ich ihn halt nicht sehen konnte von meiner sicht dass nur er durch die wand geschossen weil er zu im skinner da und gegen die wand bald hat mich damit troffen aber das verstehst du nicht die logik bald mit einem metallrahmen und schießt du hoher ich kenne die dron to locate a bomb Die wissen einfach wie man das Spiel spielt, das ist ja auch Kunde, die sind Silber, ich war nie Silberei. Ja, sag das nicht. Du hast auch immer gedacht, dass du in Ghost Recon Phantoms niemals General wärst und dann warst du trotzdem General und zwar gut. Also, schön ruhig bleiben. Ja, aber zurzeit glaube ich irgendwie. Die haben in der Garage ein Loch reingemacht, dass sie da durchschießen können. Ja, das ist der Ledge, drop die Fuser bitte. Ich hab mir Angst im Diffuser Einer ist auf der Treppe da, oder schießt zumindest von da Oh, da sind zwei Bretter frei Ach scheiße, ich habe keine Splittergranaten Ich würde hier jemals füllen Alter, wie dumm Leck mich doch Was machst du denn, Benni? Ja, keine Ahnung Dumm, keine Ahnung, der versteht kein Deutsch oder...deutsche...der versteht kein Englisch WTF Ja, aber warum hast du den in den Arten geschissen Ja, da ist Frost entgegen, komm man Nee, da ist ne BN-Falle Also sag doch, come to me, Frost kommt entgegen Oh nein Ja Ja, komm, das Rank ist mir so für'n Arsch Ja, vor allem wenn's dir so aufgestellt wird, naja Ah, komm Level 30 und Level 15, die sind über uns WTF Ja, locker bleiben, Jungs, locker bleiben Oh, ich bin vor dem Tobi positioniert worden, was ist das denn? Ja, ich krieg halt nix auf die Reihe Ja Okay, noch ohne Rang, na gut Ja Beim nix Ja